Auf jeden Fall, wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid. In der Lippe ging es darum, dass man was macht und nicht zu Hause in der Bude rumhockt. Und die Zeit geht vorbei, um was zu machen. Und das haben wir heute auch gemacht, dass wir uns nicht in der Freiheit beschränkt haben und was auf die Beine gestellt haben. Und das ist schön. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.